ja hallo meine lieben heute sind wieder zwei gewinne angekommen die ich bei diversen gewinnspielen auf instagram gewonnen habe und ich packe sie einfach mal direkt aus anfangen tun wir mal mit diesen größeren hier mal schauen kann das irgendwo aufmachen und da drin haben wir da drin ist ein gamma plus hybrid so schaut das ganze aus vorne und hinten also einen gamma hybrid füllen ein aufkleber oder wie man das ausspricht da habe ich den auch gewonnen ein kugelschreiber steht das gleiche drauf und dann haben wir hier noch ein feuerzeug ebenfalls mit brand noch ein aufkleber in weiß noch ein aufkleber und ein gummi armband würde ich mal sagen so das war in dieser schönen weißen tasche vielen dank an full cuts für diesen mega heißen gewinn ich habe schon mal im internet geguckt kostet ungefähr 199 euro das teil richtig cool so und jetzt machen wir weiter mit dem zweiten gewinn was ist da wohl drin es fühlt sich für die größe relativ schwer an ich mach einfach mal auf dieser seite auf da haben wir von jack koreo ist das schwer ein explorer 100 plus 29 29 2 watt stunden 128 watt das kann ich vielleicht sogar schon mal direkt öffnen bedienungsanleitung ist das ein schweres teil haben wir da noch ein usb c kabel in beide richtungen und hier ein anschlusskabel auch mit usb c so das war da drin ja so schaut das ganze aus da haben wir zwei usb c anschlüsse und ein usb a anschluss so vielen dank an jackery für diesen mega gewinn und an full cuts für diesen mega gewinn zwei mega nice gewinne ich glaube ich mache noch zwei einzelvideos euch alles gute weiterhin macht's gut bis zum nächsten mal ciao ciao ciao